Ja, äh, 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 Mario ist eingeschlafen. Äh, nein. Zurück bei Super Pepper. Oh, Mario, wo kommt der denn her? Und ich hab, äh, rausgefunden, nachdem ich den letzten Part beendet hatte, dass ich hier... Au. Auch kann. Wow, wow, wow. So. Das ist nämlich eine Röhre, aber ich weiß nicht, wohin. Oh, yeah. Ach du Kacke. Ähm, eins. Zwei. Drei. Das wird wehtun. Und... Näh, das... Nö. Äh, daneben gesprungen. Naja, ähm... Ich weiß nicht, bei Super Pepper Mario, da hab ich irgendwie immer... ...invisible coin block. Bei Super Pepper Mario, da hab ich irgendwie immer... ...ungewollte, längere Pausen dabei. Äh, also ich will das Spiel wirklich durchspielen, aber ich hab echt viel um die Ohren. Was ist das? Wow. Lass mich da hoch. So. Ja, wie gesagt, ich hab immer etwas längere, ungewollte Pausen dabei. Ich will das Spiel wirklich durchspielen, aber... Ist halt irgendwie komisch. Naja. Hier hatten wir... ...O'clock besiegt. O'clock. Und ich geh erstmal nach da. Hab irgendwie Lust. Oh, achso. Okay. Immer erst nach links gehen in Super Mario spielen. Näh, auch wenn's manchmal tödlich sein kann. Genau. Das war ja schon wieder so ein Ding. Der alte Wegweiser. Spring auf das in der Ferne erkennbare blaue Podest. Nur für den legendären Helden bestimmt. Sieh an der Seite des Wegweisers nach, ne? Ist das vielleicht irgendwie so gedacht? Äh... Oder hier. Drücke gleichzeitig Minus und Eins. Und etwas Interessantes wird geschehen. Minus und Eins. Moment. Ha, 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 ha. Toll. Startet einfach nur das Menü. Und hier so Wasser... Ah, okay. München! Ja, München. Toll. Also Minus und Eins. Das sollte ich mir, glaube ich, mal merken. Und wir gehen durch die Tür. Jump'n'Run Action! Nice. Ih, schon wieder so ein Viech. Stirb. Aha. Oh, cool, ne Fähne. Hey. Hey! Au. Yeah. So. Plattform. Ducken, Techno. Und durch. Das macht Spaß. So, und jetzt? Eija. Da gibt's doch bestimmt irgendwas. Ne? Oh Gott. Haha. So. Minus und... Oh, oh. Eins? Ja. Okay. Was passiert jetzt? Äh? Okay, ist klar. Ist klar. So. Schon das Ende? Cool. Endlich. Ende des Kapitels. Da-da-da-dam. Blackscreen. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, möchte ich. Bitte betätige nicht den Powerschalter. Speichervorgen beendet. Irgendwie gelang es Mario also, Wüste und drückende Hitze zu überstehen. Vor ihm erstreckten sich nun Ruinen, die aus dem Sand ragten. Dankbar für etwas Schatten, setzten Mario und Tipi ihre Reise fort. Vor diesen Ruinen hatte sie Onkel Pass aufgewarnt. Was verbarg sich wohl in den vor ihnen liegenden zwielichtigen Gängen? Kapitel 1, Minus 4, Das Monster der Ruine. Das Monster der Ruine. Sekund mal, 1, 4? Mario, ich kann es spüren. Das reine Herz befindet sich in der Nähe. Aber aus den Sanddünen geht noch etwas hervor. Sei vorsichtig, Mario, da wartet etwas auf uns. Nein, 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 nein. Düdlüdlüdlüdlüdlüdlüdlü. Okay, es hat sehr viel gebracht, in den 3D-Modus zu gehen. Oh! Ist hier was? Nö. Ich bin neugierig. Mhm. Guck mal. So, ist diese... Bummelkäfer, weiter stärker. Hm. Stirb. Dina sollte ich jetzt in die Treib sein. Ha, ha, ha. Oh. Nein! Hier ist doch noch irgendwas. Was passiert, wenn ich hier durchgehe? Klar war da was. Ich hab's doch grad gesehen. Nee, erst noch mal zurück. Da war was. Da, seht ihr den Raum? Da. Ne Ruhe. Äh, geht's hier hoch? Tatsache. Boom. Ruhe. Was ist... Halt automatisch 5 KP, falls die KP auf 0 sinken. Cool. Mann. Der klettert ja genauso schnell wie Link. Lalalala. Wow. Hier geht's auch noch hoch. Wow. Stirb. Gut. Na. Au. Okay. Sehr schön. Ah. Damit hatte ich nicht gerechnet. Geh mal einfach mal durch die Tür. Wow, 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 wow. Hm. Dachte ich mir doch. Äh, was sind das hier? Hä? Ah, okay. Ah, da brauchen wir einen Schlüssel für. Ja, da ist ein Schloss vor. Das hab ich gesehen. Mann, bin ich gut. Ähm. Nö, ich will nicht in die 3D-Ansicht. Oder? Will ich? Nein. Du hältst Ruinschlüssel. Kann man den noch so ausweichen? Uh, ja, kann man. Cool. Sehr fordernd. Wow. Ruinschlüssel. Cool. Speichern. Stirb. Stirb. Na, hier oben ist doch was. Nö. Nein, nicht in Treibsand. Obwohl, ich will da unten ran. Ja. Oh, komm, da ist noch was an. Da sind nur Münzen. Hopp, hopp. Stirb, stirb, stirb. Wie kommt... Ach so. Okay. Jetzt weiß ich, wie man da hochkommt. Juhu. Ist doch schon irgendwie gemein. Lalalalalala. What the? Bestimmt muss man hier hochwerfen. Ah, daneben. Uff. Außerhalb des Raumes ist gerade etwas passiert. Noch irgendwas? Nö. Stirb. 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 Manu. Das will ich auch können. Na, ich würde sagen, ich beende hier den Part und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Rentsch. rest estiver fleeyop. Hier ist Am way. Ich bin Chor.